hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge Euro Truck Simulator 2 ich wollte euch heute meinen Lieblingstruck vorstellen für den LKW, der ist erst vor kurzem erschienen für den American Truck Simulator also, ja, sorry, ich spiele heute den American Truck Simulator die Euro Truck Simulator und den American Truck Simulator naja, aber der ist so toll, der ist ein Flightliner Cascadia der ist so toll so in der Form und all das und richtig gut gemacht naja, am Ende sieht der auch nicht schlecht aus also, so hat alles drin, was wir brauchen hier so, wie hier alles gut beleuchtet so naja gut, ich nehme euch mit auf eine kleine Tour nach 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 ähm nach ähm so weit auch gut so weit auch gut ja und und im Moment nach, wir können gleich starten mal so gut gut, jetzt starten wir ähm ja ja, wir haben alte Packungen geladen, glaube ich so ach sorry, aber ich muss nach 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 Geht ja bald auf Weihnachten. Geht ja bald auf Weihnachten. Nach zwei Wochen und sechs Tage wird dieses Video aufnehmen zu diesem Zeitpunkt. Ja, so ist das halt. Finde ich das LKW echt toll. Mit dem Nomad rein. Ah. So. Gehen wir uns den mal von außen an. Ist der nicht toll. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wiege nach rechts ab. Also ich finde diesen LKW wunderschön. Sogar besser als der Mac. Der auch. Der war okay. Aber dieser LKW ist echt wunderschön. Auch gut. Auch mit dem Lenkrad und so. Das stimmt alles. So. Das stimmt aber. Sieht annehmbar aus. Wie ich so Roboter habe. So. Maschinenmäßig. So. 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 Ich habe ja fast alles. Das was ich wirklich brauche, das habe ich mir selber. Das schränke ich mir selber. Und dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Demnächst links abbiegen. Dann heißt es auch nicht, das kaufen wir jetzt, aber das kriegt ihr erst Weihnachten. Oh Mann. Was ist mit mir heute los? Diese Vollgesicht. Eine Weite hätten wir abbiegen müssen. Wiege nach links ab. Das ist ein wunderschöner LKW. Das ist echt goldig. Total super. Ich finde ihn hübsch. Ich finde ihn echt hübsch. Neuer LKW. Ja, der ist echt mega. Ich habe mich gleich verliebt. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und sonst eigentlich. Also ich verliebe mich ja selten. Aber ich finde ihn ja echt hübsch. Deswegen, es lohnt sich dann wieder. ATS. Einmal am Tag Simulator zu spielen. Das wäre echt geulich. Ähm. Ja. Und ich möchte meinem Bruder grüßen. Recht herzlich. Und ähm. All die üblichen. Nora von Helsing. Nora von Helsing und ähm. Ja. Und die anderen natürlich. Ja. Und ich dachte. Darüber. Über diesen neuen LKW. Muss ich ein Video machen. Denn der ist echt toll. Ja. Finde ich. Es war abgesehen mit den Schwierigkeiten von dem Anhänger. Aber das ist. Es wird ja nichts mit dem Truck am sich zu tun. Ja. Also der ist echt toll. Ja. Aber die Hube klingt wie ein Zug, finde ich. Aber naja, soll wohl so sein. Stämmer зм inflowieren. Die Hube. Die Hube. Die Hube. Die Hube. Die Hube. Bitte links halten. Bitte links halten. Ja, so eine LKW ist super, na ja. Wie mir geht es auch super so weit. Bitte links halten. Morgen gehe ich ein bisschen raus, fotografieren. Und während Lura natürlich schreibt, ist sie klar. Hm, ein Schattenwandel. Ist ja vollkommen klar, dass sie treiben wird. Hoffe ich. Gut. Okay. 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 Ok Leute, die Zeit ist leider rum, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und sage, bis zum nächsten Mal, tschau und bitte lasst eine Bewertung da, Daumen hoch oder Daumen runter, ähm, aber und Kommentare, aber keine Hasskommentare, die werde ich nicht verantworten oder dumme Kommentare, so, gut, bis dann.